So, Suchkopf 90, jetzt zeige ich dir, wie man das Foto für die Tiere angischt. So, dann verfahren wir hier jetzt die frisch gemähte, gewendete Rase. Da rein, bis zu einem gewissen Punkt. So, dann gehen wir jetzt hin. Wir fahren unten zum Bunker, weil der Bunker schon fertig ist. So, dann können wir den wieder öffnen mit L3. So, dann nehmen wir uns jetzt den Traktor mit der Gabel für die Heubalm. Packen einen hier rein. Nehmen dann den anderen Traktor wieder. Wir fahren das jetzt dann Wein. Du siehst jetzt, alle drei sind in grünen Balken. So, die müssen auch in grün sein, weil sonst funktioniert das mit dem Tierfutter nicht. So, alle sind jetzt in den grünen Bereich. So, und jetzt brauchst du nicht nur noch hingehen. Hier rein fahren. L... 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 Äh... Wie komm ich jetzt auf L? Äh... R1 Taste drücken. Und dann Dreieck. Und schon kommt das Tierfutter hier rein. Und so füttert man Kühe und Schafe. Das selbe im Prinzip ist es mit die Schafe. Ja, nur Kühe habe ich jetzt halt eben in der Spielwelt. Schafe keine. So, was anderes ist das nicht. So, also sehen wir uns hier. Tja. Ihr geht's. Tja. 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 Vielen Dank.